gut ja wir haben heute drei beförderung von freiwilligen auf rekruten als erstes soll mal der sony 11 nach vorne kommen genau das ist sogar schon mal lied wünschen von den musikern und hoch präsentieren meinst du ja in meiner gut ja dann stelle ich einfach mal hier oben auf die kante so ok nein das haus ist richtig verpackt jungs warte ich teleportiere kurz zu mir oder ja bringe spieler so machen wir das seit hier an der ecke gut dann knie dich mal vor mir hin block nach oben block nach oben block genau so sunny da du zweimal beim lb warst beim train warst und auch schon beim lb und ich dich leider letztes mal nicht beim lb dann befördern konnte machen wir das jetzt hier kurz vom lb und damit bist du offiziell genau dann noch mal wird jetzt sein befehl guckt dahin das nur für dich legt an zum salut höher da hinten gut dann bitte wieder eingliedern und noch bitte noch nicht und dich umbringen also aber danach wenn wir hier weg sind dann können wir uns kannst dich um nennen als nächstes bitte der drizzle hochkommen ich werde mich alle abdrehen beim nachladen jetzt so dann auch wieder hier einfach vor mir hocken machen wir alle automatisch wünscht dir ein Lied äh was gibt's für Lieder Jorkscha hohen Friedberger Marsch hohen Friedberger Marsch Jorkscha gut ja du warst halt auch zweimal ja in der zeit hast du nachgeladen du hast halt auch zweimal beim lb zwei mal ein train einmal beim lb damit wirst du ja offiziell auch zum rekruten befördert und die wünschen liegt an zum salut gut ja das war es eigentlich schon danke man ja wir wollen gerne alle die jetzt kurz mitgemacht haben gut ja wir haben heute drei beförderung von freiwilligen auf rekruten als erstes soll mal der sony 11 nach vorne kommen genau du darfst du sogar schon mal lied wünschen von den musikern komm hoch ich weiß nicht wie sie uns heißen präsentieren marsch meinst du präsentieren ja in meiner gut ja dann stelle ich einfach mal hier oben auf die kante so ok nein warte das haus ist richtig verbuggt jungs so warte ich teleportier dich kurz zu mir oder herbringe spieler so machen wir das halt hier an der ecke gut dann knie dich mal vor mir hin block nach oben block nach oben block genau so sunny da du zweimal beim lb warst äh beim train warst und auch schon beim lb und ich dich leider letztes mal nicht beim lb dann befördern konnte machen wir das jetzt hier kurz vorm lb und damit bist du offiziell auch in dreimal so bis offiziell rekruten genau dann noch mal wird jetzt sein befehl guckt dahin dass nur für dich legt an zum salut höher da hinten oja gut dann bitte wieder eingliedern und noch bitte noch nicht und ich umbringen also aber danach wenn wir hier weg sind dann können wir uns kannst dich umnennen als nächstes bitte der drizzle hochkommen die alle abdrehen beim nachladen jetzt so dann auch wieder hier einfach vor mir hocken machen wir alle automatisch wünsch dir ein Lied äh was gibt's für Lieder Yorkshire hohen Friedberger Marsch Haftbefehl Haftbefehl nein diesen Fried hohen Friedberger Marsch ja den meint er gut ja da du auch das gleiche erfüllt hast wie Sunny 11 zweimal beim train zweimal beim lb befördere ich dich hiermit auch offiziell zum rekruten so Lutz dein befehl legt an zum salut ich glaub's nicht Feuer ok dann bitte wieder eingliedern und ja dann als letztes Sibirius oh shit neben mir du warst halt auch zweimal ja in der Zeit hast du nachgeladen du warst halt auch zweimal beim lb äh zweimal beim train einmal beim lb damit wirst du hier offiziell auch zum rekruten befördert und Lutz ich wünsche legt an zum salut feuer gut ja das war's eigentlich schon danke Männer ja ey wir wollen gerne alle die das hier jetzt kurz mitgemacht haben ähm f***